Musik Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu euch über einer neuen, frischen Runde The Souls Project Tja, jetzt sind wir tatsächlich endlich im letzten Part War das im letzten Part? Jaja, im letzten Part sind wir ja doch tatsächlich endlich in dieser Höhle reingekommen Dank des Teleporters Wo ich natürlich halt auch ein bisschen nachschauen musste, leider Gottes Aber nun gut, es hätte eigentlich nicht sein müssen Aber ihr kennt mich Wer mich und meine Videos doch hier und da mal ein bisschen verfolgt Der wird genau wissen, ich bin eben der Sprache nicht so wirklich mächtig Englisch, das ist nicht so meins Aber nun gut, man kann sich doch hier und da ein bisschen immer wieder sich selbst behelfen Sagt man das so? Ja doch, sich selbst behelfen, ne? Mit diversen Videos und hast du nicht gesehen Aber nun gut, das soll jetzt erstmal Das sollte jetzt erstmal dafür gewesen sein Wieder Ich möchte natürlich mit euch weiter hier die Höhle erkunden Und im letzten Part Hier hört man sich schon wieder Da sind sie nämlich schon wieder, guckt mal Hier haben wir im letzten Part Ach du Scheiß Nein, hau ab, hau ab Was macht es? Da habe ich mir ja im letzten Part auch mega erschrocken vor Das gut ist, dass wir jetzt immer wieder so eine Wegmarkierung haben Wir können hier auch, glaube ich Wo war das? Können wir auch immer noch wieder nachgucken Was wir eigentlich machen müssen Wenn ich das dann überhaupt vernünftig lesen könnte Aber nun gut, nein, er hockt sich auch immer wieder hin Äh, wir haben Muss ich dazu sagen Ist jetzt auch noch gleich wieder eine neue Session für mich hier, Leute Momentan sieht es aber von den Kalorien und vom Trinken her noch relativ gut aus Ich hoffe nur, dass ich jetzt hier nicht gleich wieder Irgendwas kommt, irgendwas lauert auf uns Denn Wie wir im letzten Part ja auch schon gesehen hatten Ja, da wurde doch ein bisschen was gelegt Das sah aus wie so ein richtiges Nest da schon Können wir hier hoch? Ich will natürlich auch mich überall ein bisschen Ein bisschen umschauen Sofern es denn möglich ist Denn wir wissen ja jetzt auch mittlerweile Dass es in jedem In jedem Abschnitt Diverse Secrets gibt Da kannst du Relikte finden und sowas Operator Red Operator Red? Warum, warum Rot? Da scheint es rum zu gehen Ist denn hier auch noch Rot? Ja, hier geht es auch noch lang, oder? Okay Ja, Leute Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder Alle so tatkräftig mit am Start seid hier Ist für mich auch wirklich, wie gesagt Wie ich schon im ersten Und im zweiten Und im dritten wahrscheinlich auch noch Äh, sagte Part Ist für mich jetzt hier auch völliges Neuland Ich habe von dem Spiel Äh Bevor ich jetzt gespielt habe Weder was Oh Weder was Äh, was gesehen Noch gehört davon überhaupt Und habe Einfach mal im Store Im Store reingeschnüffelt So ein bisschen wieder geguckt Da sind wieder so eine Dinger Ein bisschen reingeschnüffelt Was ist hier da? The Souls Project Hab mir das dann alles mal ein bisschen durchgelesen Und, äh Sprach mich doch gleich an Muss ich sagen Da ist noch so ein Teil Was machen die denn überhaupt? Ob die uns verletzen können, wenn die Wahrscheinlich, ne? Sind die ja doch ein bisschen Stachlig, die Die Kollegen Oh, da ist wieder irgendwas Wo ist der andere? Da vorne ist ein so ein Stachelding Aber die scheinen doch mehr Angst zu haben vor uns, ne? Oh, guck mal Ist wieder so ein Kristall Nein Was? Voll? Warum ist das voll? Müssen wir Was war das? Was war das? Wir müssen auf jeden Fall irgendwo weiter hinten hin 50 Meter sind wir noch von entfernt Äh Ja, der sieht auch sehr Spektakulär aus Können wir noch irgendwas Warte mal Wir können ja noch was essen Warum kriegen wir davon denn jetzt so ein Doost? Wasser haben wir auch nicht mehr großartig viel, ne? Im Moment Okay, aber die Flasche sollten wir doch trotzdem Lieber behalten Ein bisschen Platz haben wir jetzt wieder Die Wasserflaschen auf gar keinen Fall Äh Wegschmeißen Ich denke mal Ich denke mal Das wäre fatal Für uns Ja und Nach wie vor Ist das noch immer bei mir so Verzeiht es mir Wenn es denn mal so ist Dass ich so hier und da mal Hochziehe Oder wenn es gar nicht mehr geht Dann kurz mal das Mikrofon abschalte Nehmt es mir nicht krumm Aber ich habe noch immer total Ich werde das auch Äh So So wirklich gar nicht mehr los, ne? Diese ganze Rotze immer schon wieder Weiß auch nicht Also Das ist in letzter Zeit Oder beziehungsweise mit den letzten Jahren Ist das erst so alles richtig Gekommen, ne? Dass du ständig eine verstopfte Nase hast Stellenweise so hier und da auch immer so richtig Äh, äh Ja Hört sich vielleicht blöd an Ist aber tatsächlich so Richtig scharf drin habe In der Nase Und die Gwärter Und die Gwärter hat dann einfach nicht mehr los Das ist, äh Schrecklich Hier wo so ein Kraut da ist Muss man ganz besonders aufpassen Von da sind wir gekommen, oder? Bin ich dann da weiter? Ja, genau Jetzt sind wir nämlich einmal im Kreis gelaufen Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal da hinten weiter Ich möchte doch ganz gerne Erst einmal zu diesen Zu diesen Leuchtsteinen Okay Die Kalorien sind Okay Wir sollten aber langsam auch mal wieder Ein bisschen schlafen Ich glaube, das ist doch Ich glaube, das ist auch nur von Vorteil Wenn wir uns mal wirklich richtig ausschlafen Ist hier irgendwas? Nee Ist nur komisch, dass man hiermit auch gar nichts machen kann, ne? Das ist aber auch nur so ein So ein Leuchtstein Und davon werden wir wahrscheinlich diese Splitter Eingesammelt haben, ne? Dann gibt's ja verschiedene, ne? Verschiedenfarbige Wir haben einen roten, einen blauen, oder was das sein soll Oder weiß Ne, blau, ne? Das ist aber eher blau Okay Aber Ich denke mal sowieso, dass wir diese ganzen Nein Oh, jetzt werde ich da fast reingesprungen, Alter Es sind noch zwei Da ist noch einer Oh Gott, ich muss hier viel mehr aufpassen, ey Da ist, wenn die Dinger auch immer mehr hier, ne? Immer mehr, Werner, Tier Darf ich noch einer? Na komm, 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 komm Mach einen Abfluch Mach einen Abfluch, Alter Hä? Von hier sind wir doch gekommen Ich bin falsch gelaufen Jetzt schon wieder Oh, schnell Nein Einfach schnell durch hier Einfach schnell durch hier Dafür ist das Sprengen, äh, gar nicht mal so Verkehrt Ich bin falsch gelaufen Wie zum Teufel Hä? Wie? Ist alles okay Ja, dann muss ich doch hier auch im Kreis gelaufen sein, oder nicht? Okay, dann müssen wir anscheinend hier weiter, oder? Ah, guck mal Was, schon wieder? Das kann doch nicht ständig voll sein, alles hier Ich weiß gar nicht, was ich hier, äh, zurücklassen soll Wir brauchen nichts zu futtern im Moment Trinken wäre auch Quatsch Ich glaube, soll ich den dann hier liegen lassen? Ah, die möchte ich, äh Eigentlich nicht so So gerne zurücklassen Die ist leer, die Flasche Okay, ich glaube, dann müssen wir die halt doch Nein Doch mal droppen hier Ich möchte schon ganz gerne, lieber Ah, okay Ich weiß nicht, ob das nur, äh, als Lichtquelle dient Oder ob wir die noch brauchen Das ist es eben Hä? Jetzt hat er sie doch gesteckt Muss ich nicht verstehen Wenn er die doch stacken kann Dann hätte ich das doch eben gar nicht wegschmeißen Im Raum, oder was? Oh, da sind wir aber auf jeden Fall richtig Ja, hier hat er mir doch eben irgendwas angezeigt Zeigt Ah, hier ist Schnellwahl Okay Das ist gut Mach mal jemand hier Das Lichteli Äh Bitte was? Bitte was? Wie tief? Ach du Scheiße Ich hätte mal zusehen sollen Ob wir noch die Flasche noch mal voll kriegen Ich überlege jetzt gerade nur Ob wir hier vielleicht noch mal Ne Ruhe Ne Ruhe Ne Runde schlafen Wäre halt von Vorteil Und wir müssen uns hier einfach so hinpacken Nee, das war im Schlaf hier reinrollen Das wäre ja auch, äh Das wäre natürlich auch fatal Äh Zeige ich mal Also ich würde ja ganz gerne schon mal Hier irgendwie so ein paar Sechst, sieben Stunden schlafen Wisst ihr was? Machen wir jetzt auch einfach mal Wenn es denn geht Ja, es geht Wir müssen mal uns ein bisschen ausruhen, Leute Was soll ich nun machen? Ich hätte vielleicht vorher dann aber trotzdem lieber noch ein Schluckchen trinken sollen Mann, Felix Ein Schluckchen trinken wäre von Vorteil gewesen, oder? Das letzte Mal haben wir ja gar keinen Do Oh, doch, wir haben jetzt aber Do's Aber das letzte Mal war es so gewesen, als wir gepennt haben Wir sind jetzt aber gut ausgeruht Okay, aber wann soll Was soll ich machen? Was trinken? Müssen wir ja wohl So, die behalte ich jetzt aber definitiv Auf Tasche Wie kann ich denn jetzt hier runter gehen? Macht er das von alleine? Ah Nein Oh mein Gott, ist das tief Oh, episch, Alter Wie er hier runter geht gerade Ja, finde ich ja mega geil Äh Ach du Scheiße So viele Gänge Alter Kriege ja schon ein bisschen Manschetten gerade, ne? Oh mein Gott, hier sind doch bis jetzt nur noch Fallen oder sowas, ne? Was ist das denn hier für ein Symbol? Oh Ach, du Heiliger Hier geht's doch Warum ist hier nix? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwie Alter Ein bisschen das Gefühl, dass hier noch Naher Fallen kommen und sowas alles Ach, was? Achso, ihr seid das wieder Nein Hau ab Da liegt auf jeden Fall was Ich hab' da wieder ein Stein Ein Stein Äh Was ist das? Das ist kein Stein, ne? Ja, doch Heavy Alter Mach' keinen Ärger hier Schau mal, äh Ist halt möglich, dass die größer wären? Hau Scheiße, Alter Ich weiß gar nicht, wo wir gehen, Laufe Ich, äh Werd' hier bestimmt nie zurückfinden Okay, hier wurde irgendwas Vergöttert, äh So wie es aussieht, oder? Also wenn ich mir, äh So, das Größenverhältnis jetzt An, anschaue Dann sind wir doch, äh Recht mickrig Und der, äh Sieht doch ein bisschen größer aus Dagegen Allgemein sieht das hier, äh Extrem groß aus alles, ne? Ich weiß nur nicht Wir entfernen uns jetzt immer weiter, ne? Ja, ja Alter, wie groß ist das hier alles? Da ist auf jeden Fall irgendwas rot Da leuchtet irgendwas rot Müssen wir Müssen wir hier irgendwas machen? Vermutlich müssen wir hier irgendwas einfügen Und dann schiebt sich diese Wand nach hinten So wie es aussieht Ah Okay Ja, ja Das ist so eine mechanische Tür Also wir müssen so eine Art Zahnrad finden So wie da Na, Alter Alter Wir müssen so eine Art Zahnrad finden Wisst ihr, was wir machen könnten Eigentlich mit diesem Teleporter? Muss man mal Wir lassen den hier mal liegen Teleport Drive, ne? Wenn ich jetzt wieder Genau, wenn ich dann nach oben drücke Dann können wir den nämlich auch benutzen Und dann sind wir gleich wieder hier Haha Da ist ja wieder der Fuchs Junge, der Fuchs schlechthin Also, äh Zahnrad suchen Definitiv Und wenn wir das haben Dann möchte ich doch ganz gerne Auch gleich wieder da hinkommen Jetzt müssen wir hier nur wieder aufpassen Auf diese Viecher, ne? Oh, hier können wir auf jeden Fall Hau ab hier Hier können wir auf jeden Fall Unsere Flasche wieder auffüllen Dann auch Okay, trinken ist okay Äh Geben wir mal hier die Wasserflasche Okay, zwei Liter sind drinnen Okay, was zu trinken haben wir wieder Hau ab Man rollt auch nicht immer in die Richtung, wo ich hin muss Kein Wind Hier drinnen Jetzt, ne? Endlich haut er ab Das war alles bestimmt bloß so ein Vorgeplinkl Hier Was ist das hier? Was sind das hier für eine Schalter? Ich kann damit nichts machen Warum sind die blau? Ach, die doch nicht Ist das nur so jetzt, oder? Ach, die Scheiße Äh Verdammt Steht um uns 550 HP haben wir noch Ach, du Scheiße, Alter Ich muss aufpassen, wo ich hintrete, ey Und ich sag noch Pass mal auf Hier haben wir bestimmt nachher noch mit Fallen zu tun Zu tun Was soll man denn da Daraus deuten? Was diese ganzen Höhlenmalereien, sag ich mal Ach, du Scheiße Jetzt gabelt sich das hier auch noch, das Ganze Bitte nicht, ey Kann ich nicht mal wieder irgendwo Finden was? Was ist das? Äh Okay Ich weiß nicht, was ich jetzt hier Ja, ja Die haben auf jeden Fall irgendwas verehrt hier Jetzt sag mir nicht, da hinten ist noch wieder so Irgendwas rotet Hier ist doch wieder der nächste Raum, oder was? Ne, warte mal Okay, wir haben jetzt Wir haben auf jeden Fall irgendwas aktiviert, aber was? Irgendein Tor, irgendeine Tür Okay, haben wir die jetzt vielleicht zugemacht? Eben gerade Warte mal, da müssen wir nochmal Ach nee, du kannst jetzt hier gar nichts mehr machen Du kannst es nur einmal benutzen Okay Ey, jetzt halt mal wieder an hier Kollege Wo brauchst du die ganze Zeit laufen? Essen Ja, ist alles noch im Rahmen Wolltest du, wenn ich jetzt hier nochmal Oder muss da so ein Leuchtstein rauf? Ne, du kannst es tatsächlich nur aktivieren Ich weiß nicht, was das jetzt bringt, aber Hat sich das nicht nochmal gegabelt irgendwo hier vorne eben? Ne Wo sind die Dinger jetzt hergerollt? Die sind doch Ach, scheiße Ich wollte gerade sagen, die müssen doch irgendwo kommen Okay, hier waren wir vom Prinzip her jetzt schon überall gewesen Außer da hinten Da liegt aber noch der Teleporter Äh, bloß weg hier Erstmal Der ist halt noch hingerollt Ach du Scheiße, Alter Okay, da ist ja eh zu Ach, da sollen wir ja sowieso auch hin Okay Da müssen, da können wir noch lang Und hier geradeaus Da waren wir jetzt überall schon Da müssen wir nur noch hin Um, äh Wenn wir dieses Zahnrad gefunden haben Okay Ja Meine lieben Freunde Ich würde sagen Ob wir das tatsächlich vielleicht schon im nächsten Part finden werden Dieses Zahnrädchen Was wir da hinten benötigen Das wird sich dann ja wohl zeigen Und ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder mit am Start Ich würde mich freuen darüber Ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle wie immer Fürs Zuschauen, fürs Dabeisein Und sage Tschüss Bis hoffentlich zum nächsten Mal Haut rein